Moin, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wie geht's? Wie steht's, liebe Leute? Heute wird es richtig ehrenlos. Ich melde mich mal hier aus dem Bad. Wie ihr schon im Titel liest, wir werden heute den ganzen Tag meine Schwester nerven. Und ich nehme euch mit, wir fangen direkt an mit ein bisschen Wasser. Und das Wasser gießen wir jetzt über seinen Kopf. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, wie ich meine Schwester den ganzen Tag nerven, oder vielleicht auch mal meine Mutter auf richtig ehrenlos, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe so Bock auf das Video, ich sage es so. Alter, du dumme Sau! Du darfst dir jetzt putzen, Arscher! Leider habe ich es nicht geschafft, Wasser über den Kopf zu schütteln. Du darfst dir jetzt putzen, Geh, du Arscher! Leider habe ich es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, Wasser über ihren Kopf zu schütteln. Egal, ich werde es heute mindestens einmal schaffen, dass die Wasser über den Kopf kriegt. Jetzt esse ich erstmal hier meine Pizza. Und dann geht es gleich weiter mit Nervendecker. Jungen Leute, ich habe so Bock auf das Video. Einen ganzen Tag gehe ich dir heute auf die Eier und nerv dich so hart. Bevor ich esse, geht doch nichts über noch mehr ein bisschen Creme im Gesicht. Kann man doch nichts sagen, Uwe. Die ist halt ein Online-Unterricht. Jetzt kann ich in Ruhe meine Pizza essen. Ist das schön. Alter, du Arschgeist. Ein bisschen auswaschen. Äh, du lass es mal, Alter. Es ist so schön. Heute gibt es so eine Rache. Ja, ja, ich gebe dir die Rache. Felina kommt heute, die hat so gute Brand-Auflager. Einmal frei. Also nochmal für dich zum Mitstreifen. Äh, Mitstreifen, äh, mit. Mit zum Schreiben. Ich werde dich heute den ganzen Tag auf die Eier gehen. Heute bin ich gar nicht da. So wie du mir die letzten 13 Jahre auf die Eier gehst. Heute bin ich gar nicht da? Doch, bist du. Nein, ich bin bei Felina. Vielleicht. Nein, lass es. Ja, ja, ich lass es. Ich lass es. Sonst, ich lass es. Ja, ich lass es. Ich lass es. Und du bist so. Alter, ich schütze jemand. Ein Handy nachher. Ach, Sekunden später. Ich will hier eine Ruhe Pizza essen. Video angucken. Digger, die wird jetzt wirklich Stress, Junge. Die wollte mir das Rasierschaum ins Gesicht, babe. Die will richtig Stress, Junge. Die spinnt doch, die Alte. Okay, die will Stress. Kein Problem. Digger, die kommt einfach hier mit Rasierschaum im Raum. Will mir das in den Gesicht klatschen. Muss los. Hey, die hat das von mir, du Arsch. Na, wie geht es hier? Guck mal, die Frau. Hey, wegen dir kriegt Balou Angst. Balou hierbleiben. Tja, du bist jetzt live im YouTube-Video. Du bist jetzt live im YouTube-Video. Guck mal, die nimmt extra sogar eine Jacke zum Schutz. Also, bis später würde ich sagen. Eine Ewigkeit später. Ich glaube, wir lassen es immer wieder rein. Sie rennt schon weg. Lassen! Lassen! Heu, heu, heu! Schönen Mann! Alter! Beendest du jetzt das Video? Ich hoffe, du beendest es. Wenn's Gangs geht nicht heute mehr. Dann kann ich ja zu sehen. Hallo! Na, was geht? Nein! Nein! Bitte, du bist so in den Schäden! Leute, die liebt es, ein bisschen Feuchtigkeit abzurechnen. Nein, du beweglich! Ganz ruhig. Ey, du bist so bescheuert. Das kannst du dann zauber machen. Dann lass es. Warte, warte kurz. Bitte! Leute, ich wollte jetzt hier entspannt viel Bro trinken mit den Ehrenbruder Balou. Und die kommt hier mit Kacktüte. Und ich dachte, die hat da Scheiße drin und tut mir jetzt Scheiße ins Gesicht werfen. Dann werde jetzt ein Krankenhaus, der ist aber Rasierschaum drin. Und hör mal auf, lass mal Balou noch ruhig. Ja, weißt du, da ist gar kein Rasierschaum drin. Was da drin? Wasser? Wasser mit Rasierschaum. Die hat dieses Krankenkopf, die will richtig Stress, die Alte. So Leute, lange nichts mehr gemacht. Paar Zahnstecher, so wie es am Essen. Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen. Also was, wenn es in meinem Auge landet? Ja, dann landet es halt in den Auge. Du darfst... Bist du bescheuert? Wer landet das in meinem Auge? Nee, ich war schon drei Tage mal blind. Ja, pass. Als Mann. So, Lies, ess doch. Maury, du bist so im Arsch. Nein, nein, ich hasse Käse. Esst nicht mal Käse. Es ist Käse. Ich sehe schon in den Kommentaren, mit Essen spielt man nicht. Das ist kein Essen, Leute, das ist Deko, deswegen. Ja, da ist der Ehrenbruder Balou. Schon lange nicht mal die dumme Soli geärgert. Die ist gerade nicht da, die ist weg mit ihrer Freundin. Geh, wenn es hier kommt, dann darf man die gleich mal weiter. Ja, ja. Geh, mal. Du, was sagst du? Jo, geh, so machen wir das. Nichts gestresst. Nichts schmerz. Mama, Maury hat ein YouTube-Video gemacht. Und ein paar Leute gefrankt. Ah, der musste raus. Ich glaube, die hat es nicht mal bemerkt. Leute, ich war jetzt gerade draußen. Halt jetzt an, er hat es schon an den Türen gefasst. Ja, das rassiert schon. Du willst richtig stressen. Leute, ich habe nur noch 10%. Deswegen können wir jetzt gleich nichts machen. Ja, vielleicht machen wir noch gleich was. Also, dritter Versuch. Wir haben gerade das Abschluss-Video zweimal in Slowmotion aufgenommen. Wir beginnen es jetzt zum dritten Mal. Ich hoffe, diesmal ist es eh in Slowmotion. Also, hier ist der Abschluss. Ganzen Tag, liebe Leute, bin ich heute auf meine Schwester auf die Eier gegangen. Wenn ihr wollt, dass ihr mehrere solche Videos macht, wie ich meine Schwester oder vielleicht nochmal auf Erden muss, meine Mutter in der ganzen Zeit nerve. Schreibt es in den Kommentaren. An der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Lass doch gerne ein Abo da, falls du nicht getan hast. Hier kommen wöchentliche wilde Videos. Wilder als wie die Gesamtkarriere von Radha. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.